Hallo und willkommen zu DK-Money Tutorials zum Let's Play Nummer 13. Ja, ihr seht vielleicht, dass ich einen Schatten-Mod gedownload habe und installiert habe. Der Schatten-Mod ist sehr cool, mega cool, nur dass er sehr gute Grafikkarten braucht und bei meinem neuen PC geht es fast schon nicht. Und das ist nicht so gut, nein. Ich nehme wieder mit Camtasia Studio auf und es tut mir sehr, sehr, sehr leid, dass das Let's Play 12 auch nicht gegangen ist. Das finde ich sehr, sehr schlimm. Und die Auber waren stehen geblieben. Also das letzte Mal, also das habt ihr vielleicht nicht gesehen, habe ich hier das Lager gebaut und wir waren auf Holzsuche. Wir gehen auf Holzsuche. Ja, auf Holzsuche. So, das ist doch schön braun. So, ganz schön ist es nicht, aber ein bisschen komisch. Ich hoffe, es geht mit den Legs. Mit Camtasia Studio legt es halt auch. Und noch mit dem Mod auch. Und ich hoffe, es geht. Ach, nein. Ach, egal. So, komisch. So. Ja, so. Holz haben wir genug. Ja. Jetzt legt es mega. So. Ja, jetzt mal ein paar Kisten. So. 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 Ja, perfekt geht es auf. Acht Kisten, öpsen wenige noch. So. 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 Ja, auch perfekt. Ah nein, jetzt geht es nicht mehr auf. Echt? Ja, egal. Ja. Dann dachte ich, hier eine Kiste. Ja, hier eine Kiste. Hier. Und hier. Perfekt. Und hier. Hier. Und hier. Das sieht doch bisher recht schön aus. Mhm. Mhm. Was mach jetzt? Ich glaube, hier meine Fackel. Mhm. Fackel. Hier mal so. Fackel. Ach, meine Ohr. So. Ne, Fackel. Ja, das geht noch. Fackel. Fackel. So. Und hier kommen dann Tafeln. Und ja. Tafeln. Sieht ja wirklich schön aus. Ich glaube, ich nehme den Schatten-Mod raus. Ist schon cool, aber irgendwie leckt es zu, zu fest. Und ich habe schon ganz wenig sichtweiter gestellt. Cool ist das Gras bewegt sich alles. Die Weizen. Das ist schon cool. Sehr, sehr cool. Und ich habe schon mal gesagt. ich bin ich blöd jetzt wissen wir uns eine meine nase kitzel das ist mir eine eine hacke ach meine soll das meine eine axt müssen wir uns machen und haben ja schon immer es sieht schon recht cool aus mit dem schatten mod oder wir er heißt sie ganz anders aber schatten mod heißt ja es ist einfach ja er heißt ganz anders aber eben ich will nicht so spielen das ist nicht witzig aber ja ist sehr schade ja und das ist nicht witzig für euch nicht witzig für mich für keinen ist es witzig so wir haben ja nein das lang nicht ich weiß nicht wie lange ich aufnehme ich war so dumm und habe nicht geschaut aber ich hoffe dass ich nicht zu lange aufnehme so gehen wir mal zurück aber es sieht doch recht witzig aus wenn die Sichtweite gering ist dazu also fast nicht das ist sehr witzig so machen wir wieder ein paar kisten so ist bretter 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 so noch ein bisschen schneller also geht es schneller ok ok ist auch gut so ich glaube das lang das langt mh das langt ja auch meine oh ich fehle heute ach man ok ich hab zu viel ich glaube eine kiste lasse ich in meinem Inventar erst dann geht der Mod wenn ich sterbe geht alle Items in die Kiste also lasse ich eine Kiste draußen nur eine so das brauchen wir nicht Samen von Bäumen auch nicht ah das ist das gleiche ne sonst braucht man nichts mehr und es wird Nacht und ich glaube es wird wieder Zeit zum Tschüss sagen ja kommentieren nicht vergessen abonnieren dürft ihr mich natürlich auch wenn ihr mich wenn ihr mich gut findet oder ihr könnt auch eure Meinung schreiben wie ihr mich findet ob ich scheiße mache ob es gut mache was ich verbessern kann und so weiter ja dann bis zum nächsten Mal beim Let's Play Nummer 14 bis zum nächsten Mal ich will nicht einfach zurück zum nächsten Mal